Pergind In alten Zeiten lebte in Quam ein Schütze, der hieß Pergind. Er lag beständig droben im Gebirge und schoss dort Bären und Elche. Denn damals gab es noch mehr Wälder, und in ihnen hielt sich derartiges Getier auf. Einmal, spät im Herbst, nachdem das Vieh schon längst von den Bergweiden herabgetrieben war, wollte Pergind wieder einmal hinauf in den Wald. Außer drei Sennerinnen hatten schon alle Hirtenleute das Gebirg verlassen. Als Pergind die Almen erreichte, wo er in einer Sennhütte übernachten wollte, war es schon so dunkel, dass er die Hand nicht vor sich sehen konnte. Da fingen seine Hunde plötzlich so fürchterlich zu bellen an, dass es ihm ganz unheimlich zumute wurde. Plötzlich stieß er mit dem Fuß an etwas an, und als er es anfasste, war es kalt, und groß und schlüpfrig. Da er aber nicht vom Weg abgekommen zu sein meinte, konnte er sich gar nicht erklären, was das sein könnte. Aber geheuer war es ihm nicht. »Was ist denn das?«, fragte Pergind. »Ei, ich bin der Krumme«, lautete die Antwort. Und damit war der Pergind so klug wie vorher. Er ging nun daran entlang, denn einmal muß ich doch daran vorbeikommen, dachte er. Im Weitergehen stieß er plötzlich wieder an etwas, und als er es anfühlte, war es wieder kalt und groß und schlüpfrig. »Wer ist denn das?«, fragte Pergind. »Ja, ich.« »Ich bin der Krumme«, lautete die Antwort wieder. »Ei, ob du gerade oder krumm bist, du mußt mich doch weiterlassen«, sagte Pergind, denn er merkte, daß er im Kreis herumging und der Krumme sich um die Sennhütte herumgeschlängelt hatte. Und bei diesen Worten schob sich der Krumme ein wenig zur Seite, so daß Pergind an die Sennhütte hingelangen konnte. Und als er hineinkam, war es da drinnen nicht heller als draußen. Er stolperte und tastete an den Wänden umher, denn er wollte seine Flinte abstellen und seine Jagdtasche ablegen, aber während er so suchend herumtappte, spürte er wieder das Kalte, Große und Schlüpfrige. »Wer ist denn das jetzt?«, rief Pergind. »Ja, ich, ich bin der Große, Krumme«, lautete die Antwort. Und wohin er auch faßte und wohin er den Fuß setzte, überall fühlte er den Ring des Krummen um sich gelegt. »Also hier ist es nicht gut sein«, dachte Pergind, »denn dieser Krumme ist draußen und drinnen. Aber ich werde diesen Querkopf bald gerade machen.« Er nahm seine Flinte, ging wieder hinaus und tastete an dem Krummen entlang, bis er den Kopf fand. »Wer bist du denn eigentlich?«, fragte er. »Ach, ich bin der Große, Krumme, von Etnedal«, sagte der Große Troll. Da machte Pergind kurz einen Prozess und schoss ihm drei Kugeln mitten durch den Kopf. »Schieß noch einmal«, rief der Krumme, »Aber Pergind wußte es besser, denn wenn er noch einmal geschossen hätte, wäre die Kugel auf ihn selbst zurückgeprallt.« Und als dies getan war, faßten Pergind und die Hunde fest zu und zogen den großen Troll aus der Hütte heraus, damit sie sich in der Hütte bequem machen könnten. Währenddessen lachte und höhnte es von allen Bergen ringsum. »Pergind zog viel, aber die Hunde zogen mehr«, so ertönte es. Am Morgen wollte Pergind hinaus auf die Jagd. Da sah ein Mädchen, das Schafe und Ziegen über einen Berggipfel trieb. Als er aber den Gipfel erreicht hatte, war das Mädchen fort, und die Tiere auch, und Pergind sah nichts, als ein großes Rudel Bären. »Also ich hab doch noch nie Bären in Rudeln beisammengesehen«, dachte Pergind. Als er aber näher kam, waren sie alle bis auf einen verschwunden. Da klang es von einem der Berge in der Nähe herunter. »Nimm in Acht, denn Eber dein, Pergind steht draußen mit dem Stutzen sein.« »Ach, dann geht es Pergind schlecht, nicht aber meinem Eber, denn er hat sich heute nicht gewaschen«, rief es von einem anderen Berge. Pergind wusch sich die Hände mit seinem eigenen Wasser und schoss den Bären tot. Im Berge erhob sich nun ein schallendes Gelächter. »Du hättest auf deinen Eber Acht geben sollen«, rief die eine Stimme. »Ich habe nicht daran gedacht, daß er die Waschschüssel in der Hose hat«, erwiderte die andere. Pergind zog dem Bären die Haut ab und vergrub den Körper im Geröll. Aber den Kopf und das Fell nahm er mit. Auf dem Rückweg begegnete er einem Bergfuchs. »Sieh, mein Lämpchen, wie fett du bist«, rief es von einem Hügel her. »Seht nur, wie hoch Pergind den Stutzen trägt«, tönte es von einem anderen Hügel, als Pergind die Flinte zum Schießen an die Wange legte und den Fuchs erschoss. Er zog auch dem Fuchs den Balg ab und nahm ihn mit. Und als er in die Sennhütte kam, nagelte er die Köpfe mit aufgesperrten Rachen außen an die Wand. Darauf machte er Feuer und stellte einen Suppentopf darüber. Aber es rauchte so fürchterlich, daß er kaum die Augen offen halten konnte und er mußte deshalb eine Luke aufmachen. Und plötzlich kam ein Troll herbei und steckte seine Nase durch die Luke herein. Aber die Nase war so lang, daß sie bis an den Herd reichte. »Hier kannst du sehen«, »ein Riechehorn«, sagte er. »Und hier kannst du schmecken«, »ein Suppenkorn«, sagte Pergind und goss ihm den ganzen Topf Suppe auf die Nase. Der Troll stürzte davon und jammerte laut, aber ringsum von allen Höhen lachte und spottete und rief es »Giri-Suppen-Rüssel, giri-Suppen-Rüssel.« Hier rauf war eine Weile alles still. Doch dauerte es nicht lange, da erhob sich draußen wieder Lärm und Getöse. Pergind sah hinaus und da erblickte er einen mit Bären bespannten Wagen. Der große Troll wurde aufgeladen und dann ging es hinauf in den Wald mit ihm. Plötzlich wurde ein Eimer Wasser durch den Schornstein herabgegossen und erstickte das Feuer und Pergind saß wieder im Dunkeln. Da begann es in allen Ecken zu lachen und zu spotten und eine Stimme sagte, »Jetzt wird es Pergind nicht besser gehen wie den Sennerinnen in der Walhütte.« Pergind zündete das Feuer wieder an, rief seine Hunde herbei, verschloss die Sennhütte und ging weiter nach Norden bis zu der Walhütte, in der die drei Sennerinnen waren. Als er eine Strecke zurückgelegt hatte, sah er ein Feuer, als wenn die ganze Walhütte in hellen Flammen stünde. Und in demselben Augenblick stieß er auf ein Rudel Wölfe, von denen er einige niederschoss und die anderen erschlug. Als er die Walhütte erreicht hatte, war es da stockfinster und weit und breit kein Brand zu sehen, aber es waren vier fremde Männer in der Hütte, die es auf die Sennerinnen abgesehen hatten. Das waren vier Bergtrolle. Der erste stand vor der Tür und sollte Wache halten, während die anderen bei den Sennerinnen drinnen waren und zudringlich werden wollten. Pergind schoss auf ihn, verfehlte ihn aber und er lief davon. Als dann Pergind in die Stube kam, waren die Sennerinnen übel dran. Zwei von ihnen waren ganz außer sich vor Schrecken und flehten zu Gott um Hilfe und Rettung. Die dritte aber, die man die tolle Kari nannte, hatte keine Angst. Sie sagte, sie sollten nur kommen. Sie hätte wirklich Lust zu sehen, ob solche Kerle auch Schneid hätten. Als aber die Trolle merkten, dass Pergind im Zimmer war, fingen sie zu jammern an. Im selben Augenblick fielen die Hunde über einen von ihnen her und warfen ihn kopfüber auf den Herd, daß Asche und Funken nur so herumstoben. »Hast du meine Schlangen gesehen, Pergind?« fragte der Troll. So nannte er seine Wölfe. »Ja?« »Und nun sollst du denselben Weg gehen wie deine Schlangen,« rief Pergind und erschoss ihn. Dann schlug er den dritten mit dem Flintenkolben tot. Aber der vierte war durch den Schornstein entflogen. Nachdem Pergind dies getan hatte, begleitete er die Sennerinnen nach ihrem Dorf, denn sie trauten sich nicht länger in der Hütte zu bleiben. Und als nun die Weihnachtszeit herankam, war Pergind wieder unterwegs. Er hatte von einem Hof gehört, wo sich am Christabend so viele Trolle einfanden, daß die Bewohner flüchten und auf anderen Höfen Unterkunft suchen mußten. Dieses Gehöft wollte Pergind aufsuchen, denn er hatte Lust, diese Trolle zu sehen. Er zog zerrissene Kleider an, nahm einen zahmen Bären, der ihm gehörte, sowie einen Priemen, Pech und Draht mit. Als er den Hof erreicht hatte, ging er ins Haus hinein und bat um Obdach. »Ja, Gott, steh uns bei,« sagte der Mann, »Wir können dir kein Obdach geben, wir müssen dir selbst den Hof verlassen, denn an jedem heiligen Abend wimmelt es hier nur so von Trollen.« Aber Pergind meinte, er werde das Haus schon von den Trollen säubern. Da hieß man ihn dableiben, und er bekam noch obendrein eine Schweinshaut. Darauf legte sich der Bär hinter den Herd, Per holte Pech, Friemen und Draht hervor und machte sich daran, aus der ganzen Schweinshaut einen einzigen großen Schuh zu machen. Als Schnürband zog er einen dicken Strick hindurch, so daß er den Schuh rundherum zuschnüren könnte. Plötzlich kamen die Trolle auch schon mit Fiedeln und Spielleuten dahergezogen, und die einen tanzten, die anderen aßen, von dem Weihnachtsessen, das auf dem Rösche und Kröten und ähnliches ekelhaftes Zeug, dieses Weihnachtsessen hatten sie selber mitgebracht. Inzwischen bemerkten einige den von Per Gint verfertigten Schuh. Da er offenbar für einen großen Fuß bestimmt zu sein schien, wollten die Trolle ihn anprobieren, und als jeder von ihnen einen Fuß hineingestellt hatte, zog Per Gint den Schuh zu und schnürte ihn so stark zu, daß alle miteinander in dem Schuh festsaßen. Aber jetzt steckte der Bär die Nase vor und schnupperte nach dem Braten. »Möchtest du Kuchen haben, mein weißes Kätzchen?« sagte einer der Trolle und warf dem Bären einen noch brennend heißen gebratenen Frosch in den Rachen. »Schlag los, Meister Petz«, rief Per Gint. Da wurde der Bär so zornig, daß er auf die Trolle losfuhr, nach allen Seiten Hiebe austeilte und sie kratzte. Und Per Gint schlug auf den anderen Haufen ein, wie wenn er allen den Schädel einschlagen wollte. Da mußten die Trolle die Flucht ergreifen. Per Gint aber blieb da und schmauste die ganze Weihnachtszeit über von dem Weihnachtsessen und man hörte viele Jahre lang nichts mehr von den Trollen. Der Bauer aber hatte eine weiße Stute. Da gab ihm Per Gint den Rat, von dieser Stute Füllen aufzuziehen, diese dann in den Bergen herumstreifen und da Junge kriegen zu lassen. Nach vielen Jahren war die Weihnachtszeit wieder einmal vor der Tür. Der Bauer war im Walde und fällte Holz zum Feste. Da kam ein Troll herbei und rief zu ihm, hast du deine große weiße Katze noch? Ja? Sie liegt daheim hinter dem Ofen, sagte der Mann, und sie hat sieben Junge bekommen, die noch viel größer und böser sind als sie selbst. Dann kommen wir nie mehr zu dir, rief der Troll. So erzählt man in Norwegen. Das Land, wo man nie stirbt. Eines Tages sagte ein junger Mann, mir gefällt die Geschichte nicht, dass wir alle sterben müssen. Ich will hingehen und das Land suchen, wo man niemals stirbt. Und er ging hin, verabschiedete sich von Vater und Mutter, von allen Verwandten und dann machte er sich auf die Wanderschaft. Überall fragte er nach dem Land, wo man niemals stirbt, aber so oft er auch fragen mochte, keiner konnte ihm richtige Antwort geben. So wanderte er Land auf, Land ab und fand doch keinen, der es wußte. Und eines Tages begegnete er einem alten Mann, der hatte einen langen Bart und schob auf einer Schubkarre Steine vor sich her. Er fragte den alten , könnt ihr mir nicht wo man niemals stirbt? Du willst niemals sterben? So komm doch mit mir. Solange ich nicht jenes Gebirge dort Stein um Stein abgetragen habe, wirst du nicht sterben. Und wie viele Jahre werdet ihr brauchen, um das Gebirge abzutragen? Hunderttausend Jahre oder sogar etwas mehr. Aber dann muss ich sterben? Natürlich. Nein, dann ist es nicht der richtige Ort für mich, denn ich suche das Land, wo man niemals stirbt. Er grüßte den alten und machte sich wieder auf den Weg. Er wanderte und wanderte und endlich, endlich kam er in einen großen, großen Wald. Der Wald war so groß, dass er niemals ein Ende zu nehmen schien. Und er traf einen alten Mann, der hatte einen noch längeren Bart als jener Alte mit der Schubkarre. Der Alte aber schnitt mit einem kleinen Messerchen Zweiglein und Zweiglein von einem Baum. Und der Jüngling fragte ihn, hey Alterchen, könnt ihr mir den Weg sagen zu dem Land, wo man niemals stirbt? Hör, bleib doch bei mir, sagte der Alte, ehe ich nicht mit meinem kleinen Messerchen alle Zweiglein dieses Waldes abgeschnitten Und wie lange wirst du dafür brauchen? Mindestens zweihunderttausend Jahre, aber vielleicht etwas mehr. Aber dann? Dann muss ich sterben? Ja, sicher. Ist dir denn das nicht genug? Nein, wenn, dann alles. Ich suche das Land, wo man niemals stirbt. Er grüßte den Alten und wanderte weiter. Und nach vielen Monden kam er schließlich ans Ufer des Meeres und er traf einen Alten, der hatte einen langen, langen, einen langen Bart, der reichte ihm weit über das Knie. Der Alte aber hütete eine Ente, die auf dem Wasser schwamm. »He, Alterchen«, fragte der Jüngling, »könnt ihr mir vielleicht den Weg sagen zu dem Land, wo man niemals stirbt? Wenn du Angst vor dem Tod hast, dann bleib doch bei mir«, sagte der Alte, »solange diese Ente hier nicht das ganze Meer ausgetrunken hat, wirst du nicht sterben. Und wieviel Zeit braucht sie dazu? Über den Taumen gepeilt 500.000 Jahre. Und dann muss ich sterben. Ja, was willst du machen? Wie viel Jahre willst du dich denn auf dieser Erde herumtreiben? Na, dann ist hier nicht der richtige Fleck für mich, sagte der Jüngling, denn ich suche das Land, wo man niemals stirbt. Da grüßt den Alten höflich und lenkte seine Schritte weiter. Er ging und ging und eines Abends kam er zu einem herrlichen Palast. Er klopfte an, da öffnete ihm ein alter Mann, der hatte einen langen, 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 langen Bart. Ja, der Bart war so lang, daß er ihm bis zu den Fußspitzen hinabreichte. Der Alte aber fragte, was willst du, Jüngling? Ich suche das Land, wo man ich kann dich gut verstehen. Du hast Glück gehabt und den rechten Ort gefunden. Solange du hier bei mir bleibst, wirst du niemals sterben. Endlich, sagte der Jüngling, das war aber ein gutes Stück. Das ist also endlich der Fleck, den ich so lange gesucht habe. Aber ihr, seid dir zufrieden, hier zu sein? Aber ja, vor allem dann, wenn du mir Gesellschaft leistest. So ließ sich der Jüngling in dem Palast nieder, leistete dem Alten Gesellschaft und führte das Leben eines großen Herrn. Es vergingen die Jahre im Flug, ohne daß man es irgendwie auch nur merkte, Jahre, Jahre, Jahre. Eines Tages sagte der Jüngling zum Alten, hier bei euch lebte sich wirklich sehr gut, aber ich habe Sehnsucht, einmal zurückzugehen und zu schauen, wie es meiner ganzen Verwandtschaft geht. Was für eine Verwandtschaft willst du denn besuchen? Die sind doch alle schon längst tot. Na gut, dann möchte ich wenigstens meine Heimat sehen, wer weiß, wer mich begegnen werde, wenn schon nicht meinen Verwandten, dann deren Söhnen und Enkeln. Na, wenn du den Gedanken in den Kopf gesetzt hast, will ich dich nicht davon abbringen, sondern dir sagen, wie du es machen sollst. Geh in den Stall, nimm meinen Schimmel, der hat die Gabe, so schnell wie der Wind zu laufen, aber vergiß nicht, du darfst niemals absteigen, auf gar keinen Fall. Wenn du den Sattel verlässt, musst du sofort sterben. Sei nur ruhig, Alter, ich werde schon nicht absteigen, denn ich habe nicht den geringsten Wunsch nach dem Tod, weißt du? Er ging also in den Stall hinunter, sah dort den Schimmel stehen, den zog er heraus, sattelte ihn, und ritt wie der Wind davon. Er durchritt alle Landschaften, die er einst durchwandert hatte. Da kam er zuerst zu dem Ort, wo der Alte die Ente gehütet hatte, die auf dem Meer schwamm. Doch wo einst ein weites Meer gewesen war, fand er jetzt eine große Ebene, und am Rand lag ein kleines Häuflein Knochen, die waren das Gerippe jenes Alten. Da schau her, sagte der Jüngling bei sich, ich habe doch gut getan, weiter gewandert zu sein, sonst wäre ich jetzt auch schon längst tot. Er ritt seine Straße fort. Dort, wo einst der große, große Wald gewesen war, erstreckte sich nun eine Wüste, und es war auch nicht ein Baum zu sehen. Auch bei diesem wäre ich jetzt schon ein gutes Stück tot, sagte der Jüngling. Und dann ritt er weiter und kam dorthin, wo einst sich das Gebirge erhoben hatte, das hatte der Alte nun ganz abgetragen. Es war nicht mehr die kleinste Erhebung zu erkennen, der Ort war flach wie ein Tisch. Auch hier wäre ich längst gestorben, sagte der Jüngling, lenkte sein Pferd weiter. Er ritt und ritt bis zu seiner Heimat. Aber da hatte sich alles verändert, sodass er nichts mehr erkannte. Er suchte vergeblich nach den Seinen, niemand mehr kannte dort auch nur den Namen, und da wurde ihm weh ums Herz. Höchste Zeit, daß ich umkehre, sprach er bei sich. Er wandte das Pferd und ritt zurück zum Palast des Alten. Aber er war noch nicht weit gekommen, da begegnete einem Fuhrmann. Der hatte seinen Wagen voller alter Schuhe geladen. Der Fuhrmann hielt den Jüngling an und sagte, ach, Herr, könnt ihr mir nicht einen Augenblick helfen, mir ist das Rad aus der Achse gegangen. Tut mir leid, sagte der Jüngling, ich habe große Eile und ich kann nicht absteigen. Ach, sagte der Fuhrmann, seid doch so gütig und habt Mitleid mit mir. Ihr seht, dass ich ganz allein bin und dass es schon Abend wird, wenn ihr mir nicht helft, komme ich nimmer heim. und da erfasste den Jüngling Mitleid mit dem Fuhrmann und er schwang sich aus dem Sattel. Aber kaum hatte er mit einem Fuß den Boden berührt, als ihn der Fuhrmann mit einem Arm umschlang und sagte, ah, endlich habe ich dich doch erwischt. Weißt du denn nicht, wer ich bin? Ich bin der Tod. Siehst du all diese vielen Schuhe auf dem Kahn? Die habe ich alle durchlaufen, um dich, dich zu fassen. Jetzt bist du mir endlich in die Falle gegangen. Früher oder später müsst ihr alle in meinen Armen enden. Da gibt es keinen Ausweg. Und da hat er auch für den armen Jüngling die Todesstunde geschlagen. So erzählt man in Italien. Die Schäcklerfrau und der Teufel Es war einmal die Schäcklerfrau. Die machte aber auch alles in der Welt verkehrt. Einmal sagte ihr Mann, sie solle das Mittagessen zeitiger aufs Feld bringen. Aber sie brachte es just später als sonst. Ein andermal sagte er, sie möchte doch bessere Speisen bringen. Doch sie brachte umso schlechtere. Einmal nun versuchte es der Mann andersherum und er sagte zu ihr, na Frau, dass du mir das Essen ja nicht zu früh bringst und bring mir bei Leibe kein gefülltes Huhn und keine Ballatschinken. Weißt du, auf dem Acker schickt sich sowas nicht. Die Frau trug's aber just früher als sonst hinaus. Noch dazu brachte sie diesmal gefülltes Huhn und Ballatschinken. Am anderen Tag macht sich der Mann daran, am Rande des Ackerfelders eine tiefe Grube zu graben. Da kommt seine Frau mit dem Mittag Essen. Sie setzen sich zum Essen neben der Grube hin, sagt der Mann zu der Frau, hey Frau, geh nicht zu nah an die Grube heran, sonst fällst du da hinein. Just ging sie näher heran. Nimm dich in Acht Frau, dass du nicht in die Grube fällst. Die Frau fiel Just hinein. Der Mann ließ sie freilich drin und ging nach Hause. Die Frau versucht nun herauszukommen, aber sie kann nicht. Da sagt sie bei sich Teufel, wenn mich einer nur hier herausbrächte. Schon ist der Teufel zur Stelle und sagt zu ihr, nun, ich herauszuholen, setz dich einfach auf meinen Buckel. Die Frau sitzt auf und der Teufel trägt sie heraus und dann sagt er zu ihr, nun, jetzt steig ab, sagt die Frau, fällt mir nicht ein, sagt der Teufel, na, warte nur, wirst schon heruntersteigen. Er hetzt mit ihr im Galopp herum von einem Berg zum andern, allein bald wird der Teufel müde, setzt sich nieder und sagt zu ihr, steig mir vom Buckel herunter, die Frau sagt, fällt mir nicht ein, abermals galoppiert der Teufel mit ihr herum, bis er ganz erschöpft ist, und wieder sagt er, steig mir jetzt von meinem Buckel herunter, sagt die Frau, fällt mir nicht ein, ganz trübselig wird's dem Teufel zumute, was soll er denn nun tun? Da sieht er einen Husaren kommen und ruft zu ihm, hey, mein Herr Husar, wenn ihr mir diese Frau da vom Buckel herunterjagt, mache ich euch zum König. Der Husar steigt gleich vom Pferd, zieht seinen Säbel, geht auf die Frau los und droht ihr fluchend, er werde sie entzweihauen, wenn sie nicht sofort herunter komme, aber die Frau sagt, fällt mir nicht ein. Der Soldat fuchtelt mit dem Säbel herum und sagt zu ihr, steig vom Buckel herunter, Frau, sonst mache ich Schluss mit deinem Leben, sagt die Frau, fällt mir nicht ein, sagt der Soldat, du willst nicht, so bleibe des Teufels, die Frau darauf fällt mir nicht ein und springt herunter, der Teufel rennt davon, wie der Wind. Anderen tags kommt der Soldat dahergezogen und der Teufel erwartet ihn unter einer Brücke, um ihn zum König zu machen und wie der Teufel den Soldaten von Ferne kommen sieht, guckt er unter der Brücke heraus und ruft ihm entgegen, hey mein Herr Soldat, kommt die Frau auch nach? ruft der Soldat, sie nicht, nein, fürchte dich nicht, sie kommt nicht. Der Soldat zum König du musst nur zu der Tochter des Königs gehen bis du dort bist ist sie bereits von mir besessen alles werden sie versprechen dass man mich austreibe außer dir aber wird das niemand können du musst bloß sagen fahr heraus Teufel weil ich hineinfahren will doch ich sage dir ich fahr dann in die Tochter eines anderen Königs von dort darfst du mich aber nicht austreiben sonst fahr ich in dich hinein und werd ewig bei dir bleiben nun geht der Soldat in die Stadt allen Orten hört man davon reden daß die Tochter des Königs vom Teufel besessen sei wer ihn austreiben könne dem gebe der König die Tochter zur Frau und das halbe König reich nach seinem Tod das Ganze der Soldat freut sich geht hin und erklärt daß er imstande ist sogar den Teufel auszutreiben und dann sagt er zum Teufel fahr heraus Teufel weil ich hineinfahren will schnurstracks fährt der Teufel heraus der Soldat wird König bekommt die Tochter des Königs zur Gemahlin einmal aber trifft die Nachricht ein daß eine andere Königstochter vom Teufel besessen sei man schickt nach dem ehemaligen Soldaten doch der hat keine Lust doch sie versprachen ihm viele Schätze und Edelsteine und so ging er dann doch hin sagte er zum Teufel Teufel fahr auch von der hier heraus weil ich hineinfahren will und wirklich der Teufel fuhr schnurstracks heraus und wollte schon in den ehemaligen Soldaten hineinfahren aber der Soldat hielt den an und rief hey Teufel die Schäckler Frau kommt da erschrak der Teufel und machte sich so eilig aus dem Staube daß seine Füße den Erdboden kaum berührten so erzählt man in Ungarn der erste Maulwurf in Kornwall Alice auf der Kamp war das einzige Kind ihrer Mutter und von edler Abstammung sie war groß blauäugig und sehr schön aber sie war auch stolz ganze tage verbrachte sie damit kostbare Gewänder Edelsteine und Gold auszuwählen sie wies viele freie ab denn sie hatte ihr Herz nur einem Mann zugewandt das war Sir Beville of Stove ein Granville und einer der bekanntesten und treuesten Anhänger der Stewards schließlich sollte Sir Beville einen Ball und ein Bankett geben Alice verbrachte dafür viele Stunden vor ihrem Spiegel und als alles zurecht gemacht war ging sie in den Saal hinunter wo ihre Mutter am Spinnrad saß und dabei wie immer für den Erfolg ihrer Tochter betete denn sie sehnte sie sehnte danach Alice verheiratet zu sehen und ihre Kinder auf dem Schoß zu halten Alice gewandt war aus kostbarem dunklen Samt in ihrem dunklen Haar glitzerten Edelsteine und an der Hand trug sie einen schönen großen strahlenden Ring aber sie war sich der Macht ihrer eigenen Schönheit so gewiß dass sie meinte sie brauche die Gebete ihrer Mutter nicht ich habe keine Gebete nötig sagte sie verächtlich bei diesen Worten aber war die Luft auf einmal erfüllt von einem Schwall wilder Musik und einem Licht Blitz das Mädchen schrie vor Schreck und war verschwunden kein Suchen half viele Tage lang war kein Zeichen und keine Spur von ihr zu finden bis eines abends ein Gärtner als er sich auf einen Spaten stützte einen kleinen Erdhaufen zu seinen Füßen bemerkte und auf der obersten lockeren Oberfläche schimmerte gerade der Ring den Alice getragen hatte die sorgfältige Untersuchung enthüllte ihnen eine kleine zierliche Inschrift an der Innenseite des Ringes verborgen sollen werden Augen und Stolz in der Erden als er diese Worte sagte ließ ein kleines Geräusch zu seinen Füßen alle auf den Boden blicken und da stand ein kleines dunkles Geschöpf wie Lady Alice in weichen Samt gekleidet aber dieses Geschöpf sah nichts die blauen Augen waren für immer versiegelt und wegen ihres stolzes war sie zu einem Maulwurf geworden dem ersten der je in Cornwall gefunden wurde so erzählt man in England Bertha mit den großen Füßen König Pippin von Franken warb dem Rat seiner Barone folgend um die ungarische Königstochter Bertha mit den großen Füßen das ungarische Königspaar nahm die Werbung an und sandte die Jungfrau in Begleitung ihrer alten Amme Margiste und deren Tochter Aliste und ihres Hofmeisters Tybert an den Hof des Frankenherrschers an einem schönen Augusttag fand in Paris die Hochzeit statt und mancher mächtige Fürst diente dem jungen Paar beim festlichen Mahl dann räumte man die Schüsseln fort und drei Spielleute zeigten ihre Künste als diese ihr Spiel beendet hatten erhob sich der König und die allgemeine Lustbarkeit begann Fürsten und Barone umringten die junge Königin und führten sie auf ihr Zimmer Aber die Amme Margiste hatte in ihrem Herzen einen verräterischen Plan gefasst Sie kniete vor der jungen Königin nieder und flüsterte ihr ins Ohr Herrin es schmerzt mich bei Gott dass ich es sagen muss aber gestern hat mir ein Freund berichtet dass seit Anbeginn der Zeiten kein Mensch so zu fürchten war wie der König Pippin es sein wird wenn er bei euch liegt ich fürchte sehr dass er euch tötet wenn er heute nacht sein Gattenrecht an euch ausübt als Bertha solches hörte begann sie vor Angst zu weinen herin sagte die alte Amme bekümmert euch nicht denn ich will euch retten wenn die Bischöfe und Äbte von der Einsegnung des königlichen Bettes zurückgekehrt sind werde ich eure Kammer räumen lassen dann werde ich Aliste meine Tochter geschwind entkleiden und an eurer Stadt ins Bett legen ich habe schon mit ihr darüber geredet und sie hat eingewilligt denn ich will lieber dass sie umkomme als dass ihr Schaden nehmt auf diese worte hin umarmte bertha die alte und dankte gott und allen heiligen die böse kammerfrau aber wandte sich von ihr ab und ging durch den königlichen garten zum fluss wo sie ihre tochter an einem steinfenster lehnend fand die tochter glich bertha wie das bild eines guten malers dem original gleicht keine frau konnte sich mit beiden an schönheit messen ebenso wenig wie eine dürre heide mit einer blumigen wiese die alte umarmte ihre tochter und küsste sie auf die stirn dann verabredeten sie heimlich wie sie bertha verraten könnten tochter sagte die alte ich liebe dich und darum sollst du königin werden wenn es gott und dem heiligen petrus gefällt mutter entgegnete aliste gotter höre euer gebet schickt nach tybert er soll uns seinen rat erteilen befehlt ihm daß er hierher kommt unter dem vorwand er habe gestern almosen für mich ausgeteilt die alte zum bösen stets bereit lief wind geschwind davon tybert kam eilens herbei und fand gefallen an dem plan alle drei beratschlagten nun wie sie ihrer herrin bertha das frankenreich wegstehlen möchten tochter sagte margiste zu einem guten sprung gehört ein weiter anlauf du wirst ein wenig dabei leiden müssen heute nacht soll bertha in meiner kammer schlafen wenn es tagt so werde ich sie zu euch schicken als solle sie ihren platz beim könig einnehmen dann mußt du dir ein messer in den schenkel stoßen so tief dass das helle blut hervorspritzt darauf schreist du um hilfe und tust als ob sie dich habe ermorden wollen ich werde eilens in die kammer treten und sie fesseln lassen das übrige lass nur mich machen mutter sagte die magd es geschehe wie es dir gefällt als es abend wurde begaben sich bischöfe und ebte in das schlafgemach um das lager zu segnen dann ließ die alte alles volk hinaus gehen und die kerzen löschen ihre tochter legte sie ins bett könig pipins und steckte das messer mit dem sie den verrat begehen sollte in das Bett gestellt die alte vettel lachte himmisch dann begab sie sich in ihre kammer und sagte zu bertha meine herrin voll schmerz und unruhe verlasse ich meine tochter es ist unbezahlbar was wir für euch getan haben gott lohne euch dafür frau sagte bertha dann ließ die alte sie schlafen gehen und sagte ihr bei tagesanbruch müsse sie sich ankleiden und sich ganz leise neben den könig schleichen die ahnungslose bertha sagte dieses ganz ruhig zu sie wolle in nichts dem willen ihrer amme zu wieder handeln darauf sprach sie ihre gebete im bett sitzend denn sie war wohl gebildet konnte sogar schreiben indessen tat der könig an der magt seinen willen und erzeugte mit ihr einen erben der voll falschheit und dücke war und als es Tag wurde rief die alte den verräter tybär der mit freuden herbeikam bertha erwachte und begab sich leise wie die alte ihr aufgetragen hatte in der schlafgemacht des königs sie trat zu der magt die im geschmückten brautbett lag die magt bemerkte sie und ohne zaudern ergriff sie das messer schwang es und versetzte sich selbst einen solchen stich hinten in den schenkel das das helle blut sich etwas böses dabei zu denken und dann fing die falsche braut an zu schreien ha könig bipin an eurer seite will man mich ermorden der könig erwachte und sah das blutende messer welches die königin in der hand hielt er richtete sich auf fast vor sinnen vor zorn die alte stellte sich wütend als ihre tochter blut beblickte und schwur daß die täterin ohne gnade sterben müsse mein könig sagte das weib laßt sie auf der stelle hinrichten habt kein mitleid mit ihr nie in meinem leben könnte ich sie wieder lieben die alte hexe packte härter und stieß mit einem gewaltigen schlag aus der kammer bertha ließ alles ruhig über sich ergehen denn noch glaubte sie ja dies alles geschehe aus freundschaft obwohl ihr der schlag die tränen aus den augen strömen ließen ty bär zerrte sie am mantel fort so dass er fast zerrissen wäre gott helfe mir sagte bertha was ist mir da begegnet was haben diese leute im sinn die böse alte reichte ty bär ein band dann schlugen sie bär nieder öffneten ihr gewaltsam den mund wie einem pferd das man aufzäumt und steckten ihr einen knebel hinein so dass sie auch um viel geld kein wort hätte reden können auch die hände fesselten sie ihr warfen sie auf ein bett und breiteten eine decke über sie die alte saß neben ihr und flüsterte ihr ins ohr wenn du schreist wird dir der kopf abgeschnitten bertha war über diese worte so erschrocken sie merkte wohl daß jene ihr übel mit gespielt hatten und sie in ein fein ausgelegtes netz gegangen war und vor schmerz wurde sie ohnmächtig margiste die amme ging nun fort und ließ die königin in den händen tybers sie begab sich in das gemach des königs und als sie ihre tochter erblickte fiel sie vor ihr auf die knie gnade herrin flehte sie um gottes willen gnade wenn ihr wüsstet wie ich meine tochter zugerichtet habe würdet ihr nicht sagen daß ich mitschuldig bin schweigt alte vettel sagte der könig eure untreue ist bewiesen ihr wollt insgeheim bertha meine gemahlin ermorden eure tochter wird ohne erbarmen verbrannt herr sagte realiste glaubt nicht daß diese alte eines verrates fähig wäre es ist eine tüchtige frau ich kenne keine tüchtigere auf der ganzen welt aber ihre tochter hat stets für etwas beschränkt gegolten sie ist nicht ganz richtig im kopf herr ich bitte euch um eine gnade um die erste seit ich euer weib bin und krone trage ich bitte euch bei der treue die ihr mir geschworen habt daß diese angelegenheit verschwiegen und verheimlicht wird kein mensch soll etwas davon erfahren weil doch ich die magd mitgebracht habe lasst drei diener sie fortschaffen sie sollen sie in ein fremdes land führen und dort eingraben oder erwürgen oder was sie wollen jedenfalls soll sie sterben herrin stimmte die alte bei euer rat ist gut auch ich wünschte sie würde enthauptet oder ertränkt oder sonst irgendwie die alte wurde beauftragt die sache zu ende zu führen der könig erhob sich denn er wünschte daß die angelegenheit schnell erledigt werde er rief drei diener und sandte sie ohne ihnen die näheren umstände darzulegen zur amme mit dem auftrag alles auszuführen was sie ihnen befehlen würde die alte zeigt ihnen das zimmer wo bertha lag kommt nur rasch wieder die sache eilt dann wandte sie sich seufzend und weinend zum könig nun ruht aus herr ich versichere euch daß ihr nie wieder von dem scheuss als hold reden hören ich erkenne sie nicht mehr als meine tochter anders schwöre ich euch weil sie meine herrin ermorden wollte auch die magd ihre tochter begann zu weinen und der könig suchte beide zu trösten weinet nicht um giften wollen seid ihr schwer verwundert liebste sagt es mir offen nein sagte sie es ist nicht so schlimm nur als ich das blut sah erschrak ich ich will euch die wunde zeigen geht und sperrt die tür zu tübeer und die alte luden indessen berter auf einen alten klepper und die drei männer führten sie gleich nach tages anbruch davon tübeer begleitete sie als vierter das weib ersuchte tübeer der ihr vetter war er möge ihr das herz berthas zurückbringen und dieser versprach dies nicht zu vergessen bertha weinte und betete denn sie wußte nicht wohin man sie führte fünf tage lang reisten sie bis sie in einen großen wald gelangten hier machten sie unter einem olivenbaum halt ihr sagte tübeer wir brauchen nicht weiter zu gehen dann stiegen sie vor den rossen einer der drei begleiter hieß moirant der war ein tüchtiger ritter sie hoben die königin vom pferd es war das erste mal daß sie sie mit ihren händen berührten denn tübeer hatte niemanden näher an sie herangelassen als sie sahen wie schön sie war erbarmten sie sich ihr aber tübeer der schurke zog sein schwert und sprach zieht euch zurück herren mit einem schlag werde ich ihr jetzt den kopf abtrennen als bertha das schwert sah streckte sie ihre arme mit flehentlicher gebärde aus denn reden konnte sie nicht wegen des knebels tübeer rief moron schlage nicht zu denn beim allmächtigen gott ich würde dir haupt und glieder abhauen oder nie nach frankreich zurückkehren tübeer wütete sehr als es ihm nicht gestattet wurde bertha zu töten aber kaum hatte er sein schwert gezogen so packten ihn die drei männer von der seite und zwangen ihn auf die knie sie rissen ihre schwerter heraus und während die beiden anderen den schurken tübeer festhielten band moron mitleidig die königin los nahm ihr den knebel aus dem mund fliht schöne frau der herr geleite euch bertha eilte in den wald und dankte gott als sie in sich war als tübeer ihre flucht bemerkte sagte er zornig schlecht habt ihr gehandelt ihr herrn ich werde euch alle hängen lassen wenn wir daheim sind herr sagte moron wisst ihr was wir tun ich rate daß wir das herz eines frischlings mitnehmen und es frau margiste zeigen auf diese weise werden wir uns vor tadel wahren denn ihr wißt daß wir versprochen haben das wenn ihr nicht einverstanden seid tübeer so töten wir euch hier auf der stelle rat ist gut sagte tübeer da sie entflohen ist müssen wir als sehen wie wir uns vor vorwürfen schützen sie taten wie moron geraten hatte die alte hatte eine große freude als ihren bericht hörte ihr herrn sagte sie ich werde euch reich belohnen sie war das schlechteste weib seit die welt steht bertha hatte indessen den wald durchschritten und erreichte nach mancherlei gefahren das haus eines biederen mannes namens simon der ihr bereitwillig unterkunft gewährte sie ernährte sich mit handarbeiten und blieb neun jahre um diese zeit brach die königin von ungarn auf um ihre tochter zu besuchen auf ihrer reise traf sie einen Bauern und befragte ihn über die königin von deren herrschaft sie nichts gutes gehört hatte frau erwiderte jener ich muß mich über eure tochter beklagen ich besaß ein einziges pferd mit dem ich für mich meine frau und meine kleinen kinder mein brot verdiente sechzig groschen hat es mich gekostet und ich brachte auf ihm meine waren in die stadt wissen sie das hat sie mir wegnehmen lassen gott straf sie dafür die königin hatte mitleid mit dem bauern und ließ ihm hundert groschen in die hand drücken wofür er ihr dankbar den steigbügel küßte an einem montag ritt die alte königin in paris ein pipin hörte es und brachte voll freude selbst seiner gattin die nachricht als die magt diese botschaft hörte wurde sie sehr bestürzt doch tat sie als ob sie lache sogleich rief sie ihre mutter und ty bär und fragte beide um rat ich rate sagte die alte könne wir so lange den schein wahren bis die alte königin heimkehrt so brauchen wir künftig nichts mehr zu fürchten der rat wurde befolgt sogleich wurde ein lager hergerichtet und die magt legte sich nieder und stellte sich krank der könig den die angebliche krankheit seiner frau sehr bekümmerte ging allein der alten königin entgegen was macht bertha meine tochter war ihre erste frage ach herrin sobald sie erfuhr dass ihr kämt wurde ihr herz vor freude so bewegt dass sie sich niederlegen musste und seitdem ist sie nicht wieder aufgestanden aber wenn sie euch erblickt wird es ihr gewiß besser gehen als die königin nach dem essen nach dem tochter tochter erwachen würde unter dessen unterhielt sie sich mit der alten und fragte sie nach aliste herrin log das weib sie starb auf dem stuhl sitzend eines plötzlichen todes stellt euch vor ich weiß nicht welches übel sie auf der rechten brust hatte ich glaube sie ist zuletzt sogar noch aussätzig geworden ich ließ sie heimlich in einer alten kapelle bestatten endlich konnte sich die königin nicht länger halten sie befahl einer jungfrau sie mit einer kerze ins schlafzimmer ihrer tochter zu begleiten aber thüber der bei der kranken wache hielt trieb das mädchen mit schlägen zurück geh hündin unsere herrin will schlafen sie kann durchaus kein licht vertragen die königin trat im dunkeln an das bett der markt mutter seid willkommen sagte diese mit so schwacher stimme dass man sie kaum verstand und dann auf die frage der mutter nach ihrem befinden mutter ich leide solchen schmerz dass ich weiß geworden bin wie wachs die ärzte sagen mir dass die helligkeit mein leiden verschlimmern würde ich wage euch daher nicht bei licht zu begrüßen so schmerzlich es mir auch ist aber lasst mich um christi willen ruhen die königin erhob sich kopfschüttelnd bei gott sagte sie das ist meine tochter nicht die nicht die ich hier vorgefunden habe wenn sie halb tot wäre so hätte sie mich doch umarmt und geküsst dann rief sie ihr gefolge und ließ trotz der alten herrs widerstreben das fenster öffnen und licht bringen sie riß die decken vom bett herunter und betrachtete die füße der kranken sie waren nur halb so groß wie die ihrer tochter verrat schrie sie betrug das ist meine tochter nicht es ist die tochter der margiste weh sie haben mir mein kind getötet meine berter die ich so sehr liebte als der könig den betrug erfuhr ließ er die alte hexe zum feuer tod führen ty bär wurde von vier wilden rossen tot geschleift die falsche braut wurde zwar um ihrer kinder willen geschont doch sie mußte das land verlassen einst hatte sich könig pippin auf der jagd im wald verirrt da traf er auf berter die ihn in das haus simons führte pippin dem schon lange der sinn danach stand sich wieder zu verheiraten fand an simons pflegetochter gefallen und er suchte sie ihm nach paris zu folgen um seine gattin zu werden berter wies die werbung des fremden dadurch ab dass sie sich ihm als pippins gattin offenbarte der könig gab sich nicht zu erkennen sondern ritt nachdem er sich nochmals davon überzeugte dass er auch wirklich berter vor sich habe nach paris zurück dann ließ er das ungarische königspaar einladen und entbot auch simon mit seiner pflegetochter an seinen hof wo er sich ihnen als könig zu erkennen gab ein großes fest folgte mit freudigem wiedersehen der wackere simon wurde zum ritter geschlagen und auch morin der berter das leben gerettet hatte erhielt reichen lohn so erzählt man in frankreich siegen mit den beiden schafen in alten zeiten gab es in irland kleine zauber männlein und wichtel männchen aber die verwünschten fremden haben sie vertrieben und mit ihnen verschwand das glück des landes es gibt seit der zeit der dänen viel gold und silber in irland unter dem boden versteckt doch weiß keiner mehr wo nur die wichtel männchen wußten bescheid darüber und haben viele menschen reich gemacht in jener alten zeit lebte ein junger mann namens siegen seine großmutter erzog ihn da war vater und mutter bereits gestorben als er ein jahr war starben sie im alter von zehn jahren war er schon ein geschickter bursche und seiner großmutter sehr nützlich und die hatte ihn sehr lieb er war täglich auf der weide mit den kühen und den schafen und sie versprach ihm eines tages sie wollte ihm nach ihrem tod zwei schafe hinterlassen wenn ein tüchtiger junge würde und siegen lief am nächsten morgen gleich ins dorf und erzählte überall herum alt und jung erzählte er er würde irgendwann einmal zwei schafe besitzen sobald seine großmutter gestorben wäre und seit dieser zeit nannten ihn die leute nur noch siegen mit den beiden schafen und auf diesen namen hörte er wie auf seinen eigentlichen es war alles ganz gut und nicht übel als siegen fünfzehn jahre alt war starb die großmutter und hinterließ ihm tatsächlich zwei schafe eines davon war ein hammel sie waren erst sechs monate alt da gab es eine meile im umkreis keine fette grasreiche weide auf die siegen nicht seine beiden schafe geführt hätte gab es eine hohe mauer zwischen ihm und der wiese dann nahm er seine schafe unter die arme und hob sie einfach drüber die leute beobachteten sein tun und treiben nicht weiter sie hielten ihn für ein bisschen närrisch aber er war ein narr mit eisernem willen eines tages nun trieb siegen einen faulen esel vor sich her als ihm der nicht schnell genug trabte begann er mit einem tüchtigen knüppel auf ihn loszuschlagen und zufällig kam ein priester des weges und der sagte hör mal das ist eine große sünde siegen dass du den armen esel so boshaft prügelst der esel ist ein gesegnetes tier siehst du nicht das zeichen des kreuzes auf seinem rücken und ein esel war es auf dem dein heiland nach jerusalem ritt meiner seel sprach siegen wäre er auf diesem faulen schurken geritten dann wär's damit zum teufel gewesen daß er etwas von jerusalem je gesehen hätte gott helfe dir dummer junge sagte der priester unser heiland kann alles wenn man ihn darum bittet dann hilft er uns auch ich glaube kein wort von dem was du da sagst versetzte siegen die leute sagen du seist ein frommer man gut aber ich wette hier meine beiden schafe darauf gegen 20 13 dass wenn du auf diesem faulen lümmel reitest du heute abend vor sonnenuntergang nicht bis zu dem kreuzweg dort vorne gelangst ohne ihn zu prügeln und dieser kreuzweg der ist nur eine kleine weile von hier entfernt der priester war ein heiterer man und er sagte ich will mit dir auf die wette eingehen siegen so machte er sich daran bestieg den esel und lenkte ihn auf den kreuzweg zu er streichelte ihn am hals und schmeichelte ihm um ihn in eine flinkere gangart zu bringen doch der esel der setzte kaum einen fuß vor den anderen eine Schnecke hätte es mit ihm aufgenommen nun kamen die leute aus den häusern heraus auf beiden seiten des weges und sie belustigten sich über den priester sowohl wie über siegen der trottete dem priester voraus und klatschte so laut er konnte in die hände am wegrand stand ein distel strauch und der esel begann zu fressen und sich nicht von der stelle zu rühren das dauerte bis er genug hatte aber dann statt weiter zu traben plumps lag er da und wenig hätte gefehlt daß er dem priester unter sich die füße zerquetschte wenn du dich nicht beeilst meinte sie habe ich die wette gewonnen nun bist du schon zwei stunden unterwegs und du hast noch nicht einmal den halben weg geschafft ach der dumme hat glück meinte der priester bitte du hast deine wette gewonnen du hast mehr witz im kopf als ich glaubte aber nun trolle dich und dein Esel und komm mir nicht mehr unter die Augen verstehst du siegen setzte sich flugs auf den esel bearbeitete ihn tüchtig mit dem knüppel und kam bald von der stelle und er war sehr vergnügt und guter dinge daß er dem priester so mit gespielt hatte und am selben abend brachte er seine beiden schafe heim wie sonst und zwar unter das dach des hausgiebels und dann ging er schlafen und in der nacht während er schlief kam der wolf und der wolf tötete den hammel und er ließ ihn liegen als siegen am morgen hinaustrat fand er den toten hammel und er jammerte mehr um ihn als er um seine Großmutter gejammert hatte nachdem er sich ausgeweint hatte ging er an das schaf und sprach ach du armes geschöpf bist du nicht betrübt daß dein kamerad tot ist und daß außer dir keins mehr übrig ist von einer ganzen familie kaum aber hatte er so mit dem schaf gesprochen was meint er da dieses schaf er setzte sich auf den hintern und blickte siegen du hier bei mir wirf dir das schafs Fell über und halte dein scharfes Messer in der rechten Hand und sobald er versucht mich zu backen stoß ihm das Messer ins Herz das er tot hinfällt und danach schneit ihm das Herz aus dem Leib und reibe mit diesem Herz die Zunge des Hammels ein alsbald wird er wieder lebendig und munter sein wie einst und dann noch eines im Wolfsbauch ist eine Goldbörse und die wird nimmer leer aber wisse wenn du dein Geheimnis irgendeinem Menschen ausplauderst bist du verloren und ich und der Hammel auch o du mein Herzens Liebling rief Siegen ich werde alles genauso tun wie es du mir gesagt hast aber warum hat es so lange gedauert ehe du zu mir den Mund auftat ist ich war doch so verlassen seit meine Großmutter starb Gott segne ihre Seele er konnte nichts weiter hinzufügen denn das Schaf hub abermals an still still Siegen ich Ich bin einundzwanzigsten Jahr das hatten Siegen Ich Siegen Ich will auch alles tun was du sagst und was das Geheimnis betrifft sollst du sehen daß ich es hüten kann wenn ich auch unter den Leuten als ein Narr gelte trieb trieb denn sie sollte ja nie leer werden. Zwischen sie und den beiden Schafen fand nun eine lange Unterredung statt. Das Schaf tat ihm kund, es werde alljährlich zwei Lämmer werfen, und diese würden die besten sein auf dem ganzen Markt. Und wenn sich dann irgendjemand bei dir erkundigt, wer ihr Vater ist, gibt zur Antwort, das weißt du nicht. Und nun geh ins Bett, und morgen früh magst du den Nachbarn erzählen, daß du den Wolf gedötet hast, der deinen beiden Schafen auflauerte. Er hat immer viel Schaden angerichtet unter den Schafen dieser Gegend, jedermann wird dich preisen, und besonders der Priester. Der Wolf entriß ihm nämlich viele Lämmer. Nun sage ich nichts weiter zu dir, bis du meinen Rat wieder brauchst. Ich habe ihm auch noch ein paar Worte zu sagen, hub jetzt der Hammel an. Der Wolf war Paidin, Eamons Sohn, mußt du wissen. Du erinnerst dich doch gewiß, daß er vor sieben Jahren gehängt wurde, weil er Faelin-Mek-Kriom ermordet und ihm fünf Schafe gestohlen hatte. Als er vor den ewigen Richter hintrat, der Lump, wurde er auf sieben Jahre in Wolfsgestalt in die Welt zurückgeschenkt. Jetzt aber liegt er gebunden im Loch, in Gestalt einer Riesenschlange, und wird dort bleiben, bis ans Ende der Welt. Hast du mich verstanden? Ja, sagte Siegen, und ich erinnere mich seiner sehr wohl. Es fehlte nicht viel, und er hätte mir einmal die Ohren abgeschnitten, als ich auf dem Lande Nestor suchte. Und jetzt geschlafen, ich habe dir nichts weiter mitzuteilen, schloss der Hammel. Früh am Morgen brachte Siegen seine Schafe auf eine grasreiche Weide. Dann suchte er den Priester auf und erzählte ihm, daß er in der Nacht einen Wolf getötet habe. Der Priester wollte ihm das nicht glauben, sondern sagte, komm, scher dich doch nach Haus, der Lump. Ich wurde erst vor kurzem gründlich verspottet um deinet und deines Esels willen. Bei meiner Seele? Ich sag die blanke Wahrheit, beteuerte Siegen. Meine beiden Schafe waren bei der Giebelseite untergebracht, als der Wolf kam und ihnen nachspürte. Da stieß sich ihm mein Messer ins Herz und ließ ihn nicht die Eingeweide im Leib, sondern warf sie auf die Erde, dort beim Hausgiebel. Ich werde in ein, zwei Stunden den Weg dort entlang kommen, sagte der Priester. Und wenn du mir etwas vorgeschwindelt hast, dann zerbreche ich dir alle Knochen im Leib. Siegen ging dann durchs ganze Dorf und erzählte allen Leuten seine Geschichte. Einige glaubten ihm, andere zweifelten, ein paar begleiteten ihn nach Hause, und da sahen sie den toten Wolf. Nun dauerte es nicht lange, und die Zungen setzten sich in Bewegung. Siegen mit den beiden Schafen wurde hochgepriesen. Und als der Priester kam, sagte er, Also Siegen, ich verzeihe dir die Eselsgeschichte. Hier, hast du ein blankes Goldstück? Ich brauch kein Gold und Silber von dir. Gib es den Armen im Dorf, sagte Siegen. Meine Großmutter hat mir Gold und Silber hinterlassen. Gib mir deine Hand. Auf ein Wort, du bist ein wackerer Bursche, sagte der Priester. Und schüttelte ihm die Hand. Und dann wandte er sich an die Leute, die dabei standen. Ihr müsst Siegens sehr achten, sagte er. Er tat allen im Bezirk eine große Wohltat, indem er das Tier hier tötete. Nun grabt er ein Loch und schart es ein. Am ersten Monatstage im Frühling hatte Siegens Schaf zwei Lämmer. Und nie sah jemand in Irland ein Lamm, das halb so prächtig nur gediehen wäre wie sie. Die Wolle an ihnen war schon einen halben Fuß lang und weich wie die feinste Seide. Als sie sechs Monate alt waren, die Lämmer, brachte Siegen sie auf den Markt. Und jeder, der sie sah, erkundigte sich nach ihrer Abstammung. Siegen sagte, das Mutterschaf wäre bei ihm zu Hause. Nun kam jeder Farmer oder Schafszüchter bis zu vierzig Meilen im Umkreis zu ihm gelaufen, um das Schaf zu besichtigen. Und sie waren bereit, ihm jeden Preis dafür zu bezahlen. Aber Siegen verkaufte nicht. Jedes folgende Jahr hatte der Schaf nun zwei Lämmer. Doch es waren stets nur weibliche Tiere, und die Farmer waren deshalb recht betrübt. Siegen ging es fünf Jahre lang gut. Alljährlich bekam er einen großen, guten Preis für die Lämmer und kaufte sich jedes Jahr ein Stück Land. Und als er zwanzig Jahre alt war, besaß er schon ein schönes Gut. Und alle jungen Mädchen, zwanzig Meilen in der Runde, waren in Siegen verliebt. Aber dann ging mit ihm plötzlich eine große Veränderung vor. Am Abend vor seinem einundzwanzigsten Geburtstag sagte das Schaf zu ihm, Morgen, Siegen, wirst du einundzwanzig Jahre alt. Und dann habe ich mit deinem Großvater nicht mehr für dich zu sorgen. Dann haben wir unsere Pflicht getan und werden nun zur ewigen Ruhe eingehen. Morgen früh findest du uns tot an der Giebelseite. Mach dann ein tiefes Loch und vergrab uns dort. Siegen war tief betrübt und er sagte, ich möchte doch mit euch gehen. Mir bricht das Herz vor Kummer und Einsamkeit. Nein, sagte das Schaf, du kannst uns nicht begleiten. Deine Lebenszeit ist noch nicht um. Lange Jahre hast du noch vor dir. An dem Abend führte Siegen die beiden Schafe wieder heim. Und an der Giebelseite brachte er sie unter. Aber er konnte nicht ruhig schlafen. Früher Morgen ging er hinaus und fand die beiden Schafe tot. Da grub er ein tiefes Loch und verbarg sie dort. Nun sagte er zu sich, da bin ich heute also einundzwanzig Jahre alt. Da will ich bei dieser Gelegenheit Brandwein trinken und mir damit meinen Kummer vertreiben. Er ging in die Stadt, kaufte sich ein Krüglein Schnaps und kehrte nach Hause zurück. Und er begann zu trinken und nicht lange, so war er blind vor Trunkenheit. Ein Nachbar kam zu ihm nach Haus. Siegen begann mit ihm zu schwatzen und ließ dabei das Geheimnis über die beiden Schafe los. Die Geschichte lief nun von Mund zu Mund, und bis jeder in der Gegend sie kannte. Und am Morgen darauf war die Geldbörse verschwunden. Siegen hörte nicht auf zu trinken, bis er jeden Pfennig, den er besaß, durchgebracht hatte. Und als dann ging er von Haus zu Haus. Er war halb närrisch und bettelte um sein Essen. Na, war Siegen nun gescheit oder war er dumm? So erzählt man in Irland. Die viermal getötete Frau Es war einmal ein Ehepaar, das hatte drei Söhne. Der eine hieß Loft, der zweite Björn. Aber wie der dritte hieß, weiß ich nicht, wird auch nicht berichtet. Als ich diese Geschichte zutrug, war der Vater der Brüder bereits tot, und Loft hatte geheiratet und den Besitz übernommen. Seine Brüder hatten keinen eigenen Haushalt. Sie wohnten bei ihm und verdienten sich bei ihm ihr Geld. Ihre Mutter war auch in Lofts Haus untergekommen. Lofts Frau vermutete, daß ihre Schwiegermutter schlecht von ihr rede und sie bei ihrem Mann verleumde. Und wirklich saß Loft häufig lange bei seiner Mutter am Bett und sprach mit ihr allein und leise. Und eines Tages, als die Brüder zum Fischen hinausgerudert waren, denn sie waren Seeleute und eifrig darauf bedacht, alles Nötige heranzuschaffen, dachte die Frau, sie könnte nun die Redlichkeit ihrer Schwiegermutter auf die Probe stellen. Und da erzählt sie ihr, es sei gerade ein Mann gekommen, der habe Speck zu verkaufen, und sie möchte gern ein wenig davon kaufen. Und die Alte sagt, das soll sie doch ruhig tun. Sie wisse doch, wie es sei, und Loft rede ihr doch in nichts hinein. Und die Frau sagt, das wisse sie wohl, aber der Mann, der den Speck verkaufe, wolle etwas für den Speck haben, das sie ihm nicht geben möchte. Denn sie sei ja schließlich eine verheiratete Frau, ob die Schwiegermutter verstehe. Ach, meine Liebe, kümmere dich doch nicht darum, sagte die Alte. So was habe ich zu meiner Zeit auch öfter fertiggebracht, und ich bin nicht gerade traurig darüber gewesen. Die Frau tat, als wollte sie ihrem Beispiel folgen, aber sie kaufte den Speck gar nicht für den Preis, den sie der Alten genannt hatte. Und nun so vergeht die Zeit, bis die Brüder am Abend nach Hause kommen. Und da geht Loft wieder hin und sitzt neben dem Bett seiner Mutter und redet mit ihr leise und lang. Und die Frau merkt, dass die Alte alles dransetzte, um mit Loft eben besonders lang zu reden an diesem Tag. Deswegen ging sie hinunter, aber sie kam gleich wieder herauf, bevor noch die Alte mit ihm anfangen konnte zu reden, wozu sie auch so große Lust hatte. Denn das gefiel der Alten gar nicht, und sie gab das ihrem Sohn insgeheim zu verstehen, indem sie vor sich hin brummelte, ein Wort ist auf der Zunge mir, das Zweite in der Kehle, das Dritte ist in der Lunge mir, daß keins ich dir verhehle. Und dann murmelte sie noch, wüßt einer nur von einer, was eine tut mit einem, ist aus dem Haus der eine, wer einer nicht mit einer, wie einer ist mit einer, ist einer mit ihr alleine. Aber weiter kam die Alte nicht und konnte ihrem Sohn an diesem Abend nicht mehr Bescheid sagen. Am Morgen danach ruderten die Brüder wieder hinaus aufs Meer, wie sie ihre Gewohnheit war. Und während des Tages unterhält sich die Frau wieder mit der Alten und sagt, daß es sie schrecklich danach verlange, zu spielen. Und die Alte sagt, da mach das doch nur, meine Liebe. Aber was für ein Spiel ist es denn, was du am liebsten möchtest? Die Hausfrau sagt, sie möchte am liebsten schaukeln. Da sagt die Alte, früher, zu ihrer Zeit, habe gerade dies am meisten Spaß gemacht. Sie solle das doch zu ihrer Unterhaltung machen, wenn sie Freude daran habe. Die Frau fragt sie, ob sie nicht mit ihrer Hilfe probieren möchte, hinunterzukommen, um ihr zuzusehen. Dann könnte sie dort sitzen, zuschauen, sie könnte miteinander reden, so wie es früher ihr viel Spaß gemacht habe. Die Alte meint das auch und tappt herunter und in die Stube in dem Haus da, alles mit Hilfe ihrer Schwiegertochter. Nun fängt die Frau an und schaukelt eine Weile. Und die Alte hat viel Spaß daran, ihr zuzuschauen. Dann steigt die Frau vom Schaukelbrett herunter und fragt nun ihre Schwiegermutter, ob ihr das Schaukeln nicht auch Freude machen würde. Sie könnte sie ja zugleich halten und schaukeln. Die Alte leugnet nicht, daß sie Spaß daran haben könnte. So setzt sie sich mit Hilfe ihrer Schwiegertochter auf das Schaukelbrett und sie hält sie auch eine Weile fest. Aber als sich die Alte dessen am wenigsten versieht, gibt die Frau der Schaukel einen Stoß und lässt zugleich die Alte los, so daß sie von der Schaukel herunterfällt und weit weg mit dem Kopf auf einen großen Stein bei der Hausschwelle aufschlägt und sich den Hals bricht. Sie ist mausetot und die Frau nimmt sie auf und trägt sie in ihr Bett und deckt sie ordentlich zu und läßt alles so bis am Abend die Brüder heimkommen. Da fragt Loft, was denn mit der Mutter los sei? Sie habe ihm gar keine Antwort gegeben, als er sie grüßte, und die Frau sagt, sie sei wohl schon eingeschlafen, denn ihr sei an diesem Tag ein wenig übel gewesen, sonst geschah nichts weiter. Am Morgen danach ruderten die Brüder hinaus, aber die Frau, die nimmt die Leiche ihrer Schwiegermutter, macht sie zurecht und zieht sie an wie gewöhnlich, geht mit ihr in die Kammer, die Loft hatte, schließt dort eine große Truhe auf, in der er Tabak und Brandwein aufbewahrt. Dort lässt die Frau die Alte vor der Truhe niederknien, steckt ihren Kopf unter den Truendeckel, gibt ihr in eine Hand eine Rolle Tabak, die sie etwas zerdrückt, in die andere Hand ein Messer, so als ob sie Tabak abschneiden und stehlen wollte. Sie lässt die Kammertür halb offen stehen und als er am Abend schon fast in der Dämmerung Loft nach Hause kommt, da ist er ziemlich ärgerlich, als er die offene Kammertür sieht, denn er selbst hielt sie immer sorgsam verschlossen. Er geht hinein und wird noch zorniger, als er das sieht, dass seine Schatztruhe offen steht und irgendeine Frau davor kniet und ihm Tabak aus der Truhe stiehlt. Vor lauter Wut kann er sich nicht mehr beherrschen, und er packt sein großes Messer, das er da in der Kammer hatte und stößt es durch diesen ungebetenen Besucher hindurch. Und die Alte fällt zugleich um und nun erkennt er, es ist seine Mutter. Man kann sich denken, dass es Loft schrecklich elend zumute wurde, weil er seine eigene Mutter ums Leben gebracht hatte und er beschließt, seiner Frau von diesem Unglück zu erzählen. Und die Frau war ganz entsetzt über die Untat. Er sagte aber, sie würde versuchen, alles zu verheimlichen und brachte den Leichnam in das Zimmer der Alten, ohne dass die anderen Brüder etwas davon merkten. Und am nächsten Tag, während die Brüder auf See sind, nimmt die Frau die Alte und geht mit ihr zu einem Vorratsraum, den Björn für sich allein hatte und in dem er Trockenfisch und Haifisch aufbewahrte. Da richtet die Frau die liebe Alte wieder her, putzt sie heraus, lässt sie auf die Knie nieder und in der einen Hand hält sie einen Streifen Haifisch und in der anderen ein Messer. Und am Abend, als die Brüder heimkommen und sich nun etwas ausruhen wollen, geht Björn mit irgendetwas in den Vorratsraum, da sieht er dort eine Frau mit einem Kopfputz, die ihm Haifisch aus dem Vorratsraum stiehlt. Da packt er sein großes Fischermesser und durchbohrt sie damit, aber da merkt er erst, und zwar erst als sie umfällt, dass dies seine Mutter ist. Mein Gott, er wurde ihm ganz erbärmlich zumute, weil er seine eigene Mutter umgebracht hat. Und er geht da zu seiner Schwägerin und bittet sie um alles in der Welt, die sie untat, irgendwie zu vertuschen. Und die Frau ist ganz entsetzt darüber, aber sie sagt doch, sie werde es verheimlichen, wenn es nur ihr irgendwie möglich sei. Und am Tag danach rudern die Brüder wieder aufs Meer. Die Frau nimmt die Leiche der Alten und trägt sie zum Nachbarhaus. Nun war es so, dass dort der Amtmann wohnte. Und zwischen dem Amtmann und den Eltern der drei Brüder hatte immer eine große Freundschaft bestanden. Und es sah danach aus, als ob es zwischen dem Amtmann und Loft genauso sein würde. Der Amtmann aber hatte einen Widder, auf den er Wunder wie stolz war. Er ließ ihn an den besten Stellen auf der Hausweide grasen und ging oftmals am Tag zu seinem Vergnügen hinaus, um ihn anzusehen. Und nun traf er sich so gut, dass Lofts Frau mit der Leiche der Alten, ohne dass es jemand bemerkt hätte, gerade zu der Stelle kam, an der der Widder graste. Und da putzt sie wieder die Alte heraus und macht sie zurecht. Und dann? Dann tötet sie den wieder, legt ihn auf den Rücken und beugt die Alte so über ihn, dass es aussieht, als ob sie gerade ihm die Eingeweide herausnehme. Und sie selbst macht sich davon. Und niemand hat etwas gemerkt. Und als der Amtmann am Morgen auf den Beinen ist, da muß er doch zuerst wieder nach seinem Lieben Widerschauen. Und da sieht er, wie dort eine Frau sitzt und er meint, daß sie den Widder ausnimmt. Er wird zornig über das, was die Alte da macht. Er zieht sein Schwert, das er an der Seite trägt, wie es damals Brauch war, und er durchbohrt damit die Frau. Und als aber die Frau umfällt, merkt er, das ist seine alte Freundin. Das war ihm so schrecklich, daß er diese Schuld auf sich geladen hat und aus einer so geringen Ursache zum Mörder eines Menschen geworden war. Und auch dazu gerade bei dieser Frau, mit der er befreundet war. Er schickte deshalb nach ihrer Schwiegertochter, denn die Brüder waren auf dem Meer, erzählte er die ganze Sache und bat sie, um alles in der Welt irgendwie dafür zu sorgen, daß die Alte begraben würde und man ihn nicht wegen Mordes an einer Frau anklagte und er bot ihr eine große Summe Geld dafür. Und die Frau versprach es ihm und ging mit der Alten weg, ohne daß jemand sie bemerkte, und sie bekam viel Geld vom Amtmann dafür, weil sie ihm aus der Klemme geholfen hatte. Danach wurde die Alte in einem feierlichen Begräbnis beigesetzt. Aber Loft und seine Frau lebten von nun an in enger Freundschaft mit dem Amtmann und liebten einander herzlich. So erzählt man in Island. Amtmann 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 Amtmann